Ahahahahaha Ahahahahaha Achso Das war Teil des Tests Zerstört uns da einfach mal So eine Pissnelke Pissnelke? Ohja Bestes Ort ever Komm Teamaufbau AG Eine Fresse Wollen wir den Scheiß gießen auf Ihre Montageeinheit muss ein Problem haben Machen wir einige Tests Und schauen mal Ahah Nein Herrlich Ladescreen Beste Ihr Forschungspartner Wollt Aperture Ach aber das Spiel ist schon geil Ja Schöne Abwechslung Ja Hau mich wieder runter Ja Klar Und wo jetzt hin Warte 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 Achso Geh rauf Ich setz dir die Portale Geh rauf Ich setz dir die Portale Geh rauf Jetzt setz dich Ja komm Ich hab sie schon gesetzt Schalter 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 Warte mal Da rauf Was wo Setz mal Den Portal Ja genau Und das Orange Da bei meinem Drone Da Setz dein Ne Da unten Das rote Das rote Lass du Da 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 Sehr schön Genauso Was kommt jetzt Was passiert Was passiert Was passiert Was passiert Ach 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 Du hast das mal aktiviert Oder was Keine Ahnung Du müsste uns normal die Scheiss Cool da unterkommen Oder nicht Ne Du musst jetzt noch auf den Schalter Da Das heißt Setz mal Dein rotes Portal dahin Da ist so ne Portalfläche oder Jaja Ich hab schon Das ist orange Genau dann geh du Mal da rein Und jetzt setzt dann das rote Da drunten hin Da unten So Jetzt kommt die Kugel Na komm Sehr schön Und geschafft Ey 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 Meiner Ne Ich will den hineinlegen Wichtig Ich hab gesagt Meiner Hier seid ihr gerade Beide Menschen Kleurebelecheleien nötig Ihr könnt euch nicht vorstellen Wie ermüdig es es Jemanden dafür zu loben Dass er einen Sicherheitswürfel In den Behälter Ich hab gewonnen Bestverlagt Ende Iksder Bestverlagt Ach, die ersten paar Rätsel sind ja noch nicht so das Problem. Bin ich für ein Radiescreen? Oh ja. Das hässliche Ei, oder? Fickstar. Der Lulatsch. Oh, ein Schalter kommt da runter. Nein, komm. Geh mal da durch. Ne, warte. Ja, genau. Geh da durch. Einfach mal rein. Nein, nur schlafen. Ja. Und nun sind sie. Ups, ich hätte den Knopf drücken sollen. Das war Absicht. Definitiv. Ja, ja. Ja, ja. Ah. Hey. Oh, der war knapp. So, jetzt muss ich auch drüber. Was bringt der Knopf da? Drück den mal. Ja, da finde ich dasselbe wie deiner. Ah, das stimmt. Ja, dann setz mal deine Portale da. Dann setzt das Orange da drüben und so. Eine Fäße. Rechte, äh, vorher drücken am besten. Nicht erst nachher. Setz den Portal. Na komm. Danke. Na komm. Äh. Du sollst ihn vorher drücken. Zuerst drücken, dann das Portal setzen. So, jetzt zuerst den Knopf drücken. Oh, das war knapp. Was? Das war knapp. Wow. Hab geschafft. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr. Wieder da. Ganz, als wäre nichts geschehen. Oh, komm her, komm her. Irgendwie ist der Sound gerade richtig komisch bei mir. Warum das? Kein Plan. Die Podi läuft irgendwie seltsam. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder unwürdig empfindest. Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Blue, du bist ein hervorragendes Klang. Warte mal, das bringt überhaupt nichts. Ist da wohl ein Portal. Ah. Geh rein. Ähm, warte mal, ich muss nur überlegen. Ja, mir wird gerade schwendlich, aber... Ich hab dir Zeit. Ähm, ah, da. Lamm, lamm, lamm. Falsches Portal. Geh wieder rein. Hey. Buh. Oh, was bringt der? Kommt da so eine Kugel? Genau, hol dir die Kugel. Und geh da nicht rauf, sonst ist sie gleich wieder kaputt. Nicht rauf gehen. Ja, ja. So, gib sie mir hoch. Knappen, ne? Wuh. So. Yay. Basketball. Wuh. Na komm. Ich dachte, das geht schneller. Aber ich verstehe mich. Dachte, das geht schneller? Macht uns da runter. Gehst du, gehst du. Ah, 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 ah. High five. Ah, 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 ah. High five. Ja, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Die BG. Bloodjob. Ah, 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 ah. Die BG. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Du musst dann Knöpfe drücken da oben. Ja, ja. Ah, drück den Kopf. Und jetzt wieder rein. Nein, du musst wieder rein und dann auf der anderen Seite. Genau, so, da oben wieder. Und alles wieder. Hab ich ihn jetzt gedrückt? Nein, du musst den zweiten Knopf auch drücken. Was? Wo war es? Du musst dann wieder in das Portal reinfliegen, also nicht bewegen. Ach so, andere Seite. Ah, genau. Shit, 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 fuck, fail. Nein, nein. Oh, Mann. Das zweite Portal nicht gesetzt hat. So. Aber jetzt aber. Drück den Knopf. Und drück ihn. Komm, ja, sehr gut. Wow. Drei Bälle gleich. Der Test beginnt in drei, zwei, eins. Und wohin mit dem Scheiß? Hier, fertig. Für was sind so viele Bälle gekommen? Das war schon klärend. Dann geh auf die andere Seite. Ah, shit. Ich bin auf einem Ball. Meine Fresse. Lieg. Lieg und sieg. Stierb. Ups. Und da ist er weg. Der schöne Ball. So. Jetzt könnte mal wirklich was Schwieriges kommen, oder so. Was zum Nachdenken. Wird ja schon langsam langweilig. Ach, das ist schon schwer genug. Gestern, du, beim Singleplayer, oder? Ja, ja. Kommt nicht weiter und muss auf YouTube nachsehen für das Rätsel. So. Ich war knapp dran. Okay, das war, glaube ich, nicht so geplant. Oder vielleicht doch. Och. Ne, ich glaube nicht. Egal. Geschafft ist geschafft. Komm her. Okay. Komm, gleich wieder hinterher. Komm. Ne, hier hin. Oh. Ah, shit. Da kommt auch noch ein Portal. Mach ein Portal, da sind zwei Seiten. Und bleib da stehen dann. Ja, und wo das andere hin? Auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite. Genau. Eee. Komm. Okay, noch ein Portal. Ah, dann geh du zurück. Warte mal. Ähm. Jetzt. Warte mal. Du musst du auf beiden Seiten den Scheiß setzen. Geht das? Dann bin ich wieder unten. Dann sind wir wieder genau da. Setzt du mal. Ach so, ich lass mein Portal dort. Hast du mein schon überschrieben? Nee. Nee. Dann setzt. Okay, das ist es nicht. Kann man auf deiner Seite, wo das Portal setzen? Ja, hier. Ja, warte. Es geht unterm Fliegen, oder? Nichts. Warte mal. Ach so, warte. Nee. Doch, ich setz einfach mein Portal hier. Und jetzt spring durch. Ach ja. Hahahaha. Huuuuh. Äh. Aaaaaaah. Ganz einfach. Jetzt muss ich noch durch. So. Kannst du irgendwo dein Portal setzen? Ähm. Hahahaha. Oh, oh. Hahahaha. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Ähm. Wenn ich jetzt da durchgehe. Hah. Vielleicht so? Äh. Warte mal. Ich muss sicher... Warte. Warte. Hä. 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 das bringt nichts ach so warte mal lass ich setz mal die zwei Portale da oben wieder hin beiden Seiten so dann gehe ich wieder durch so mein Blois Portal ist jetzt dort dann kannst du geh mal durch auf der anderen Seite wieder warte mal das funktioniert jetzt muss ich noch durch kannst du da hinten dein Portal setzen es geht dich nicht aus ok wie komme ich jetzt da durch warte mal warte bleib einmal hier ja und wie kommst du jetzt durch ich glaube da vielleicht können wir nicht zwei Portale setzen auf die zwei Seiten das ist nicht der Plan hatte ich bin vertreffelt gibt's doch gar nicht ich habe keinen Plan hatte mal geh nochmal so jetzt spring nochmal durch geh zurück und spring durch so und jetzt setzt du den Oranges Portal dorthin genau und jetzt haben wir es fuck war das kompliziert oder auch nicht oder auch nicht oder auch nicht ich habe schon die ersten Facepalmen wenn die so scheiße sind Ah, ich hab da gebashed. Warte mal, da müssen wir sicher wieder da hoch. Ne, ich hab da eins jetzt überschrieben. Ach so, da ist so ein Sprungportal. Komm auch mal. Au. Geblatt mal da oben. Was macht das? Geh noch mal rauf. Geh noch mal rauf. Das bringt nichts. Ach so, okay. Warte. So, dann... Was mach ich jetzt? Wo geht's da weiter? Ey! Nicht zumachen. Ich muss da noch raus. Ey! So, und jetzt geh mal... Warte, wir brauchen den Würfel. Geh mal durch das Sprungportal. Und geh da rauf. Zu den Würfel. Ich blockier das hier schön. Na komm. So, wo... wo gibt's den Würfel? Wo kann man den brauchen? Ah, da oben. Weißt schon, wo du fahren warst. Da. Bei dem Ding. Sehr gut. Vielleicht sollte man das besser zu zweit machen. Egal. So. So. Jetzt ist das dauerhaft offen. Jetzt kannst du... Setz mal hier den Portal und bei dem Sprungbrett. Und dann geh ich durch das Sprungbrett durch. So. So. So, was ist da drüben? Ja, einfach da rein. Okay, sehr schön. Hiiii. Hallo. Oh ja, diese Move. Oh ja, diese Moves. Und genau so seht ihr gerade aus. In euch steckt mehr. Jetzt geh ich da drüber. Der Eierkopf schon wieder. Der sieht nur behindert aus. Meine Kugel ist viel besser. Nein, auf keinen Fall. Richtig. Aber ich habe mein Handicap überwunden. Das meine ich ernst. Nein, warte mal. Warte, das mal. Ich sollte da woanders hin. Warte, ich habe die Idee. Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Sehr gut. Das ist glaube ich nicht so geplant, aber das kannst du alleine machen. Was muss ich jetzt machen? Achso, ne warte, da brauche ich. Da kommt glaube ich ein Würfel oder so runter. Hinter dir. Ah, da. Da kommt der Würfel. Hinter dir. Oh, da. Ne, hinter dir. Würfel, hinter dir, da. Ah. Genau. So, dann setz mal den Portal hier hin. Und da ist glaube ich auch ein Portal oder so. Oder? Genau. Und dann? Passt schon. Und dann gehe ich einfach durch. Durch das Sprungbrett. Ja. Da fall ich mal runter. Ne. Ne, durch das Sprungbrett. Nicht da runter. Sag ich doch, da fall ich runter. So, da ist das Pseite, genau. Ah, naja. Durchsprungbrett. Durchsprungbrett jetzt. Na komm. Sitch die Buddhalei. Nein, ich nicht. Da hinten. Ja genau. das muss funktionieren sehr schön was mache ich jetzt mit dem werfe ich treffe das war so klar gibt es ein portal oben oder so muss ich jetzt ernsthaft wieder alles machen bullshit ach so da ist die fläche